Willkommen zum zweiten Glossar-Special! Wir fahren weiter mit dem Königreich Alamaster. Das Wüstenkönigreich, das über Sandy Island der Grand Line herrscht. Die Hauptstadt ist Abana. Aufgrund eines Plans von Crocodile und der Barockfirma trocknete das Land einst vollkommen aus. Das Volk verlor das Vertrauen in den König, was zu einer Rebellion und zu Auseinandersetzungen zwischen den Rebellen und der Königsarmee führte. Prinzessin Vevee und die Strohpiraten haben es jedoch geschafft, wieder Frieden nach Alamaster zu bringen. Rainbase, eine Oase im Königreich Alamaster. Sie ist für ihr Casinos bekannt und wird auch Stadt der Träume genannt. Das größte Casino der Stadt ist das Goldring Casino, welches Crocodile gehört und als geheimnisversteckte Barockfirma fungierte. Die Himmelsinsel. Ein Sammelbegriff für Inseln, die im Himmel schweben. Auf einigen Wolken leben sogar Menschen mit Flügeln auf ihrem Rücken. Sie besitzen ihre eigene Kultur und unterscheiden zwischen dem weißen und schneeweißen Meer über den Wolken und dem Blaumeer unter den Wolken. Im schneeweißen Meer können die Jars mit besonderen Fähigkeiten geertet werden. Water 7. Eine Stadt auf der Grand Line. Sie wird auch Stadt des Wassers genannt. Frankie lebte früher hier. Die Stadt hat eine lange Schiffsbautradition und wird von Bürgermeister Eisberg geführt, der auch Präsident der Galera komponiert ist. Sie ist außerdem durch den Seezug, der auf der Meeresoberfläche fährt, mit anderen Städten verbunden. In der Stadt gibt es eine Reihe von Kanälen, durch die man mit den sogenannten Bulls fahren kann. Mit einem Wasseraufzug können die Bulls die Schiffsbauinsel im Zentrum der Stadt erreichen. Anis Lobby. Eine Insel, auf der sich die Justizeinrichtung der Weltregierung befindet. Sie wird auch die Justizinsel und Insel ohne Nacht genannt. Obwohl sie durch den Seezug mit Water 7 verbunden ist, dürfen Zivilisten die Insel nicht betreten. Sie wird für gewöhnlich von 10.000 Marinesoldaten und einer Streitmacht, die auch als Wächteeinheit des Gesetzes bekannt ist, bewacht. Obwohl hier auch Gerichtsverfahren für Verbrecher abgehalten werden, sind diese lediglich eine Formalität, die im Interesse der Weltregierung angelegt wird. Nach dem Urteilspruch werden die Verbrecher durch das Tor der Gerechtigkeit in das Hochsicherheitsgefängnis Impel Down geführt. Frilla Bark. Das größte Kriegsschiff der Welt. Es gehört Gecko Moria. Auf dem Deck des Schiffes erstreckt sich ein ganzes Dorf mit Gräbern und Wäldern zwischen Villen und anderen Gebäuden. Die Mastvilla im Zentrum des Schiffes fungiert als Hauptmast. Sabaori Archipel. Eine Inselgruppe nahe der Red Line. Piraten, die in die neue Welt segeln wollten, müssen hier ihre Schiffe durch das sogenannte Coating auf das Tauchen unter Wasser vorbereiten, um zunächst zur Fischmenscheninsel zu gelangen. Das Archipel wird von den riesigen Jalkiman-Mangroven geformt, die durchnummeriert sind und auch als Ortsbezeichnung verwendet werden. Impel Down. Das größte Gefängnis der Weltregierung. Das Gefängnis unter Magellan rübt sich damit, uneinnehmbar zu sein und weder Eindringlinge noch Gefängnisausbrüche zuzulassen. Die Insassen werden nach der Schwere des Verbrechens auf unterschiedlichen Ebenen im Gefängnis festgehalten. Insassen, denen weniger schwere Verbrechen vorgeworfen werden, sitzen auf Ebene 1, während auf Ebene 5 Verbrecher mit Kopfgeldern von über 100 Millionen Barry gesperrt werden. Es gibt das Gerücht, dass sogar noch eine tiefere Ebene existiert. Die Kerkerwände und Handschellen sind mit Seestein verstärkt, damit Insassen mit Teufelskräften ihre Fähigkeiten nicht einsetzen können. Marineford. Die Insel, auf der sich das Marinehauptquartier befand. Die sichelförmige Golfküste erstreckt sich über ein großes Gebiet, in dessen Zentrum sich die Wohnsitze der Marine und deren Angehörigen befinden. Vor dem Golf steht das Tor der Gerechtigkeit, das durch eine besondere Strömung mit Annie's Lobby und Impel Down verbunden ist. Fraueninsel. Auf dieser Insel befindet sich Amazon Lily, die Basis der Kuja-Piraten. Sie wird von der Kaiserin Boa Hancock beherrscht. Da sie auf der Insel verboten sind, haben die meisten Inselbewohner noch nie einen Mann oder Jungen gesehen. Ruffy landete hier, nachdem er auf dem Sabaori-Archipel von Bartholomeus Bär besiegt wurde. Neue Welt. Der Name der zweiten Hälfte der Grand Line, die auf der anderen Seite der Red Line beginnt. Man sagt, derjenige, der dieses Meer beherrscht, wird Piratenkönig. Pankhazard. Eine Insel in der neuen Welt. Hier duellierten sich Akainu und Kusan um den Rang des Flottenadmirals. Die Intensität ihres Kampfes führte dazu, dass die eine Hälfte der Insel in Hitze und die andere in Kälte gefangen wurde. Struth. Der Hut, den Shanks einst Ruffy anvertraute, als dieser noch ein Kind war. Ruffy versprach ihm, Shanks eines Tages zurückzugeben. Wenn er ein besserer Pirat als er geworden ist. Wado Ichimonchi. Zoros geliebte Schwert. Es gehört zu den 21 Königsschwerten. Es ist überhaupt scharf und von äußerster Langlebigkeit. Es gehörte einst Quina, der Trainingspartnerin von Zoro. Zoro erhielt es auf Wunsch von seinem Meister, dem Vater von Quina. Es ist auch das Schwert, das Zoro die Möglichkeit eröffnete, drei Schwerter anstelle von zwei zu benutzen. Yubashili. Eines von Zoros Schwertern. Es gehört zu den 50 Beißerschwerten und die Schärfe seiner Klinge ist beispiellos. Dieses Schwert wurde Zoro von einem Geschäftseigentümer in Lockdown übergeben, nachdem dieses sein Mut und seine Stärke im Kampf gesehen hat. Zandai Kitetsu. Eines von Zoros Schwertern. Es gehört zu den 80 Könnerschwertern und wurde von dem Schwertschmied Kitetsu geschmiedet. Zoro erhält es von dem Geschäftseigentümer in Lockdown. Obwohl man sagt, dass er verflucht sei und jeden, der es führt, einen tragischen Tod beschert. Überwindet Zoro den Fluch und bezeichnen können und wird vom Schwert als Meister anerkannt. Auch wenn die Schwerter von Kitetsu verflucht sind, so sind sie doch dennoch von höchster Qualität. Die Kitetsu der zweiten Generation werden als Königsschwerter und die der ersten Generation als Drachenschwerter bezeichnet. Shusui. Eines von Zoros Schwertern. Es ist ein schwarzes Schwert, das zu den 21 Königsschwertern gehört. Es ist so unfassbar widerstandsfähig, dass es sich nicht einmal um einen Millimeter biegen würde, wenn ein Dinosaurier da auftrete. Es gehörte einst dem legendären Samurai Ryuma, von dem man sagt, er hätte einen Drachen getötet. Klimataktstock. Der Klimataktstock ist Namis Waffe. Er wurde von Lussob gebaut und kombiniert drei verschiedene Stäbe. Jede der Stäbe ist so ausgerüstet, dass er Hitze, Kälte und Elektrizität generieren kann. Nami kann diese Kräfte kombinieren und so eine Reihe von Wetterphänomenen hervorrufen. Die Angriffskraft der Waffe an sich ist nicht besonders hoch, kann aber bei richtiger Handhabung äußerst effektiv sein. Perfekter Klimataktstock. Der perfekte Klimataktstock ist Namis Waffe. Er ist eine von Lussob gebaute, verbesserte Version des Klimataktstocks. Kombiniert mit Dials aus den Himmelsinseln sind seine Eigenschaften um einiges gesteigert worden. Magischer Klimataktstock. Der magische Klimataktstock ist Namis Waffe. Er ist eine ausgebaute Version des perfekten Klimataktstocks. Ausgerüstet mit Techniken, die Nami auf der Wetterinsel Vefaria erlernt hat, kann diese Waffe magieähnliche Angriffe ausführen. Jinja Pachinko. Lussobs Waffe. Zusätzlich zu einem Bleistern benutzte oft diese Schleuder, die auch flammende Angriffe wie Sternexplosion und Flammenstern sowie Rauchstern ausführen kann. Kamuto. Sogekings Waffe mit 5 Bändern, die einen Halbkreis bilden. Demonstriert sie eine Kraftgenauigkeit und Reichweite, die weit über die des Jinja Pachinkos hinausgeht. Black Kabuto. Lussobs Waffe. Eine kleine, leichte Version der Kabuto-Schleuder. Zusätzlich zu den normalen Schleuderangriffen kann diese Waffe auch die grünen Sternangriffe ausführen, deren Munition die Samen der Popgreen-Platzen sind. Dial Muscheln, die auf dem Schneeweißen Meer in den Himmelsinseln gesammelt werden können. Mit ihnen können absorbierte Geräusche, Licht und ballistische Energien freigesetzt werden. Die Bewohner der Himmelsinsel nutzen sie als Licht- und Energiequelle. Es gibt auch die, als sie als mächtige Waffe eingesetzt werden können. Rumble Ball. Eine von Chopper erfundene Pille. Wenn man sie konsumiert, kann man zusätzlich zu den drei Formen, die sich so an Nutzer verwandeln können, noch eine vierte Form annehmen. Sie hält jedoch nur drei Minuten, sobald man sie geschluckt hat. Nach zwei Jahren Training ist Chopper in der Lage, sechs Formen ohne Rumble Balls anzunehmen. Lediglich für den Monster Point braucht er noch eine Rumble Ball. Cola. Frankys Treibstoff. Wenn er Cola trinkt, wachsen Frankys Kräfte über sich hinaus. Doch sobald sie ihm ausgeht, fühlt er sich geschwächt. General Frankie. Ein gigantischer Roboter, der nach Frankys Vorbild erbaut wurde. Er wird auch Iron Pirate genannt. Vervollständigt wird er durch die Verbindung des Kurosai FRU-4 mit dem Brachio Tank 5. Er ist auf Schwerthiebe und Streiche mit seinen Schwerten Franken spezialisiert, die durch seine enorme Größe eine wahnsinnige Kraft entwickeln. Frankie öffnet jedoch auch oft das Cockpit im Bauchbereich, um selbst anzugreifen. Soul Solid. Das Schwert Soul Solid ist Brook's Waffe. Es befindet sich in einem Gehstock, der von dem Langarmstamm im Königreich Tenagena auf den Kenzan-Inseln gefertigt wurde. Seine gefrorene Klinge bringt die Kälte der Hölle in diese Welt. Brook kann seine Schwerthiebe mit seiner Seele verstärken und das Blut seines Gegners gefrieren lassen. Nanashaku Shite. Diese gigantische Shite ist Smokers Waffe. Seine Spitze ist mit dem Seestein ausgestattet, der Teufelskräfte aufheben kann. Black Sword Yohu. Mihocks geliebte Klinge, die er auf dem Rücken trägt. Ein riesiges Schwert, das so groß ist wie er selbst und zu den zwölf Drachenschwertern gehört. Diese schwarze Klinge ist die stärkste der Welt. Giftiger Haken. Crocodiles Waffe, die er an seinem linken Arm trägt. Unter dem Haken befindet sich ein zusätzlicher Gifthaken. Dieses Gift ist so stark, dass es sogar Steinen schmelzen kann. Spezial Buggy Balls. Buggy ist spezielle Kanonenkugeln. Sie sind mit dem Jolly Roger der Buggy Piraten bemalt. Ihre Größe unterscheidet sich nicht von normalen Kanonenkugeln, aber sie haben genügend Kraft, um ein kleines Dorf mit einer einzigen Kugel zu zerstören. In Orange hat ein einziger Schuss eine ganze Reihe von Häusern pulverisiert. Doch Raffys Gum-Gum Ballon hat sie aufgehalten. Nonosama starb. Enels Waffe. Enel benutzt ihn normalerweise wie ein Knüppel, aber sobald er mit der Donnerkraft aufgeladen wird, nimmt er die Gestalt eines Speeres an. Flying Lamp. Das erste Piratenschiff der Stroh-Piraten. Sie bekamen es in Lissops Heimatdorf, Sirom. Obwohl es auf der Grand Line stark beschädigt wurde, konnte es dank Lissops handwerklichen Fähigkeiten immer wieder seetauglich gemacht werden. In Water 7 sollte es eine komplette Reparatur erhalten. Aber die Handwerker erkannten, dass selbst sie das Schiff nicht mehr retten konnten. Raffy entschied sich schweren Herzens, das Schiff aufzugeben. Thousand Sunny. Das Piratenschiff der Stroh-Piraten. Dieses neue Mitglied der Crew, in dem der Geist der Flying Lamp weiterlebt, wurde von Frankie entworfen und von den Schiffszimmermännern von Water 7 gebaut. Sein Name bekam das Schiff von Eisberg, in der Hoffnung, es möge so hell wie die Sonne strahlen und fröhlich über tausend Meere segeln. Der Rumpf wurde aus dem Holz des Adamsbaums gebaut und dem stärksten Holz der Welt. Zudem ist die Thousand Sunny mit dem Soldier Docks System ausgerüstet, mit dem auf verschiedene Funktionen und ein Notfallantrieb, der Cola als Energiequelle nutzt, zugegriffen werden kann. Moby Dick. Das Schiff des grossen Piraten Edward Newgate alias Whitebeard. Der Bug des Schiffes hat die Form eines weissen Walls. Die Piratenschiffe, die die Moby Dick begleiten, sehen, bis auf die schwarzen Bugs und die kleineren Rumpfe genauso aus. Arche Maxim. Die Arche Maxim wurde von Enel kreiert. Sie kann mit ihren Propellern fliegen, während sie Enels Blitze als Energiequelle verwendet. Aus dem Schornstein steigen große Mengen an Donnerwolken auf die tausende von Blitzen produzieren können. Ja, das war's. Das war das zweite Special zum Glossar. Wir sehen uns beim nächsten Special wieder, wenn wir in die Schatzgalerie gucken. Ich hoffe, einige von euch gucken auch da wieder rein. Bis dahin, Leute. Ciao.